Moin moin und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Und zwar, wie ihr sicherlich sehen könnt, Monzei Labyrinth Skaten. Wir drücken A zum Starten und sehen eine hypnotisierende Ladezeit. So, was haben wir denn hier alles? Optionen. Lautstärke. Wo komm ich denn jetzt noch? Ah. Ja. Sprache und klar und blub brauchen wir alles nicht. Spinde. Oh, was sind denn Spinde? Gib Codes ein. Ähm. Frankie Stein. Gib Code ein. Rennen. Skaris. Stoppuhr schnell. Ah, okay. Okay, starten wir mal Einzelspieler. Äh, Staffel. Okay, ähm. Machen wir mal Rennen. Machen wir mal das Erste. Schaubig, Machen schütternd. Wir nehmen wir unheimlich. Ich hab das Spiel nämlich noch gar nicht gespielt. Ich hab absolut keine Ahnung. Fähigkeit Vollmond. Fledermausruf. Flutwelle. Das ist, äh, Rochelle. Ah, lande in unheimlichen Rennen. Modus auf Platz 1. Das ist, äh, Cleo. Ne, Abby, ja, steht doch da. Wie doof bin ich denn? Ja, Rebecca, da steht's doch alles. Gil. Deuce. Heath. Typ Mittel. Leicht. Ach, wir nehmen einfach mal Frankie. Los! Team-Kameraden. Claudine. Ich bin elegant, schnell und außerordentlich Fabel hat. Operetta. Du hast hier eine Nummer 1 Head zur Verfügung. Mal gucken, wie das Game hier so ist. Ich weiß nicht, ob Staffel, ob das jetzt irgendwie Story-Modus ist oder sowas. Ich weiß gar nicht, hat das Spiel überhaupt einen Story-Modus? Ich hab keine Ahnung. Egal. Ich bin zwar nicht mit schnell, aber immer noch schneller als du. Sag Gil. Okay. Okay, wie ist die Steuerung? Ach, okay, man muss auf B. Man muss auf B drücken, muss man gedrückt halten. Okay. Okay, so können wir wechseln. Also auf dem Steuerkreuz. Ich hab absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Skater wechseln. Ey, blöde Kuh. Okay, da ist Pause. Ah, auf Minus dasselbe. Wir sehen uns bei Großmutter im Wald. Wir sehen uns bei Großmutter im Wald. What? Okay, das ist ein sehr merk... Fertigmachen. Oh, da ist was an mir vorbeigeflogen. Schieß mich auf den Mond. Okay, das ist ein wenig merkwürdig, das Spiel. Ich hab keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Oh, äh, ja. Da ist wohl... Okay, was ist das? Scheint Reparatur oder sowas zu sein. Weiß nicht, wofür die Münzen... Vorsicht! Ey! Das war böse. Habe ich jetzt irgendeinen getroffen damit? Ich hab absolut keine Ahnung, was ich hier tue. Ich tue einfach. Jetzt machen wir Musik. Das hinterlassen wir also. Jetzt machen wir Musik. Genau, jetzt machen wir Musik. Ich hab zwar immer noch keine Ahnung, was ich hier tue, aber... Aber gleich gucken wir mal, was Staffel ist. Hauptsache, wir haben mal ein Rennen gespielt, dass wir mal wissen, worauf es ankommt. Okay, da haben wir... Ich hab keine Ahnung. Ah, ich bleib da mal lieber weg. Last round! Okay! Puh! Da wird ja schon wieder auf mich geschossen. Oh, Schnevia zu... Claudine! Irgendwie verfolgt mich das Ding. Ich kann nicht sagen, dass mir das gefällt. I'm not amused. Na gut, die Originalsprecher hätten sie schon nehmen können. Haben sie nicht, leider. Und jetzt geht man mal hier außen rum. Autsch, Alarm. Jetzt mit Speed! Jetzt machen wir Musik. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, warum ich es tue und seit wann ich es tue. Jetzt machen wir Musik. Ja, dann mach du mal Musik, ich mach gleich Ziel-Einfahrt. Hoffe ich. Dreh das hoch auf L. Und zier gerade! Schnell, wie wir jetzt Frankie wechseln. Weil die ist full. Etwas über viereinhalb Minuten haben wir jetzt gebraucht. Also für das Rennen. Fortfahren, A drücken. Du hast dich wie ein wahres Gentlemonster benommen, insbesondere nach meinem Sieg. Ah ja. Ah, das ist jetzt hier so. Ich glaube, je nachher machen wir mal Staffel. Mal looken, was hier so Sache dann ist. Ich langweile mich. Wollen wir gegeneinander antreten? Ein explosiver Fehlschlag. Okay, schon mal A gedrückt. Da habe ich meine B gedrückt halten. Hochspannung! Hüppf! Pass auf! Hey! Unfair! Ich werde hier weggedrängt. Okay! Ich weiß nicht, wofür die Münzen da sind. Aber... Das wird sich auf jeden Fall, denke ich mal, noch... Oh, du blöde Kuh! Hat die mir akkurat einfach mal... Der Dienst weggenommen. Ich fahre hier oben rum. Hey, guck mal! Schön, die Monster müssen einsammeln. Ach, das ist für die Special-Fähigkeit! Ach so! Jetzt weiß ich nicht mal, wofür das ist. Aktiviert man auf links. Also da, wo man... ... einen Nunchak-Controller hat. Ach so! Jetzt weiß ich auch endlich mal, wofür das da ist. Ich fahre hier das hoch auf L! Okay. Gut, das konnte ich ja jetzt letzten Endes auch nicht wissen. Ja, ist ja gut. Ich wechsle hier ab. Ich muss einfach rausfinden, was die ganzen... ... Fähigkeiten von denen hier sind. Hochspannung! Hüppf! Jawohl! Beschiss! Richtiger Beschiss! Wer war das? Okay! Welche Sau war das? Mal gucken, was Vollmond eigentlich ist. Können wir ja gleich mal ausprobieren. Nachdem wir das Item jetzt einsammeln... Seid abzuschweren! Okay, da haben wir einmal sozusagen einen Turbo-Modus. Und eine Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Ich glaube, in der letzten Runde fahren wir mal geradeaus. Nein, ich werde dich nicht auf den Mond schießen. Blödsinn. Sieht ein bisschen aus wie Cramp Crystal Lake. Weißt du, da kommt ja hier gleich Jason auch noch. Special Charakter, Jason Voorhees. Dreh das hoch auf L. So, ganz gemacht. Hätte Waffen. Vontage! Oh Gott, also ehrlich, mal für das Spiel hättet ihr euch auch ruhig die Originalsprecher krallen können. Nachteil ist jetzt natürlich, ich habe jetzt keine Münzen. Oh! WTF! Das war jetzt nicht nett. Von wem auch immer das war. Es war nicht nett. Werft dich, Nacken! Hm. Oh, ich hoffe, das bricht mir jetzt nicht das Genick, wenn ich hier gerade ausfahre. So. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hatte. War mir auch egal. Einfach nur erstmal geradeaus. Und Special! Fertig, Nacken! So, Hauptsache wir können. Weil man kann ja. So irgendwie. Gewonnen! Yay! Nice, aber jetzt sieht es Probi aber hier nach auf jeden Fall Staffel aus. Ich war total verwirrt, bis ich gewonnen habe. Aha, verwirrt. Und wir sind immer noch Erster. Wie viel Renten gibt es denn hier? Vier, fünf? Fünf?